Okay jetzt auf Nightmare, das heißt Cheats funktionieren jetzt nicht mehr und die Jäger werden alle, keine Ahnung, kurze Zeit wie belebt in Original Doom 22 Sekunden. Ich bin mal gesporen wie weit ich komm. Okay, ab die Plätze werde ich los. Und laufen laut rein und es ruckt leicht und ich bin gar nicht mehr so schlecht möchte ich sagen. Man darf jetzt nur nicht stehen bleiben, also wer stehen bleibt verliert und wer nicht und permanent ist rennen und ja jetzt bin ich im Prinzip schon tot und ja ich komme da jetzt nämlich gar nicht mehr raus. IdClip funktioniert nicht und ich bin tot. Okay, naja, das war Nightmare. Also keine Fehler machen, wer Fehler macht, der schafft Nightmare nicht und wer keine macht, der schafft es ja nach einigen Wochen durch sicherlich. Ist ja nicht schwer, ne. Sind nur ein paar hundert Gegner in jeder Map und boah. Wer will, kann es ja mal probieren. Ich auf jeden Fall nett und äh, was noch gibt es noch zu sagen. Das war mein Let's Play von Freedom. Schauen wir mal was ich als nächstes mache. Gibt ja noch mehr Open Source Freeware Spiele, wo ihr euch machen könnt. Bin nur noch unentschlossen, welche ich mache. Und ja, danke an diejenigen, die zugeschaut haben, wenn jemand zugeschaut hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich hab's auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen. Bleiben Graben Binnen